Was ist das? Das ist Realismus. Einen in der Luft. Kann man doch fliegen in der Luft? So ein Regenschirm wäre egal. Kennt ihr dieses Ritza mit Smuts? Ja, so ein Fallschirm. Ritza mit Smuts. Gibt's ein Regenschirm als Traitorwaffe? Oh, da haben Leute auf dem Fahrstuhl die Chance des Treffens. Ein Regenschirm als Traitorwaffe. Wenn du... Obwohl, egal. Oh. Alter. Delay, du hast mich angeschossen. Ich bin aber kein Traitor. Hier, ich beweise es. Okay, gut. Du kannst viel besser in der Luft. Ich habe keine Waffe. Ich glaube von mir ist auch als Schutzschild da. Was zur Hölle? Geh weg, Delay. Ich hab nur auf die Fässer geschossen. Das ist ganz normal. Aber Innocent, was machen wir jetzt mit seiner Leiche? Wir werden, wir werden die... Wir werden erwischt werden, Polly. Wir müssen die Leiche... Oh, Saft, das explodiert an Fässern. Verbrenn die Leiche. Ich verbrenne sie. Ja? Ich kann seine Leiche durchschauen. durch die Tür stecken vielleicht. Okay, das unterstütze ich nicht. Das unterstütze ich nicht. Das geht zu weit. Doch, ich hab seine Leiche durch die Tür gesteckt. Leichenschändung. Aber dann stötest du mich gleich wieder. Nein, ich schau nur gegen die Tür. Ich hab auch ne Brechstange. Okay. Komm mit, Ursache. Vielleicht kann ich die nicht nehmen. Weil die sieben Versuchen hätte ich dich auch abschießen können. Oh Mann. Komm, wir gehen hier rein. Oh Gott. Hier wurde jemand getötet. Fässer, 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 Fässer. Komm, hier ist der neue Arbeitsplatz, Osaft. Osaft? Habt ihr Osaft umgebracht? Hä, Osaft ist an Fässern explodiert. Er ist explodiert. Ja, er ist explodiert. Aber das waren doch nicht meine Fässer. Das kann doch nicht sein. Ich bin hier. Ich seh nur seine Leiche mit Explosionsschaden. Ich möchte Osaft besuchen. Wo ist Osaft? Ist mit dir noch da reingegangen? Da hab ich ja gar nicht auf Fässer geschossen. Das muss Zombie, ich weiß nicht. Geh raus, Maudado. Okay, Maudado. Ich will Osaft besuchen. Ihm geht's nicht so gut. Warum ist Manu tot? Was ist nur passiert, Osaft? Und warum ist Holly still auf? Wir gehen zu deinem Zuhause. Also Holly und Maudado. Hä? Manu ist tot, weil Holly ihn erschossen hat. Und dann ist Holly runtergesprungen. Hä? Warum ist er nicht confirmed? Und warum lacht er gerade? Lacht er? Warte, ich kann ihn mal suchen. Ich bleibe auf meinem neuen Arbeitsplatz. Ich bleibe auf meinem neuen Arbeitsplatz. Fahrstuhl hoch. Für den Rest meines Lebens. Oh, wo? Na. Da. Ist keine Leiche. Siehst du Maudado? Aber Holly ist doch Detective. Warum sollte ich ihn untersuchen? Ich weiß es nicht. Also gehst du zu mir und schießt auf mich. Ich auch nicht. Richtig komischer Typ. Oh. Äh? Zombie, du warst Inno? Ja. Du warst mich in die Luft gejagt. Du warst neben den Fässern. Alter, in seine Leiche rein. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es warst? In unserer Leiche auch noch zwei Shurikans. Weil du sonst sagen kannst, dass ich Traitor bin. Ach so. Holly, ich war so nett zu dir. Nein, du hast mich geschubst, Alter. Das war so verständlich, dass man dich da runter schubst. Ja, das ist echt verständlich. Er stellt sich einfach genau auf die Kippe. Holly stirbt einfach jede Runde hier, weil er diesen Fahrstuhl runterfällt. Nein, ich werde geschubst. Ja, ich habe keine Ahnung. So, aber ich gründe jetzt eine Anti-Traitor-Einheit. Ja, diesmal ist er doch gar nicht runtergefallen. Ich habe ihn erschossen. Odado, runden wir zusammen eine Anti-Traitor-Einheit. Immer wenn ich nicht bei den Leuten stehe, endet die Runde so, dass beide Traitor zu mir kommen und mich besuchen wollen. Ey, boah Saft. Ja. Ne, dich will ich nicht in meine Einheit. Ey, Ozaft. Warum denn nicht? Weil ich eine Odado-Einheit will. Ich bin ein Mann. Ich brauche nicht mehr als mein Gott. Hä, ich habe mich nur verbarrikadiert. Richtig. Dann warst du... Wo haben wir die Traitor dazu bekommen? Hallo Maudado. Maudado. Ja? Machen wir unsere Anti-Traitor-Einheit. Wir suchen jetzt Traitor und töten sie. Oh, wer macht die Töter nicht drauf? Ich bin Detective, Alter. Gibt's keine Selbstversiebs. Der PC. Lol. Oh mein PC. Nein. Keine LAN-Party mehr für dich. No LAN-Party today. No LAN-Party. No LAN-Party. No LAN-Party. Der ist nicht so kaputt, Alter. Da ist die Grafikkarte rausgeflogen. Wo ist sie hin? Wo denn? Okay, hier. So. Au, ich wurde angeschossen. Von wo? Von wo? Nein, 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 nein. Holly hat mich angeschossen. Nein, 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 nein. Holly, Holly rennt. Holly rennt. Ich bin hier mit meinen Kisten. Das muss von hinten einer gewesen sein. Holly, ich bin mir nicht mit... Aber doch, er hat's gesagt. Nein. Also, glaube ich ihm einfach mal. Ist das echt nicht? Nein, Mann. Alter. Ich würde mich gerade auch von da hinten an normalerweise lügen. Ja, keine Ahnung. Hier, der Osap ist noch. Ah! Ja dann. Ach nein, Holly, warum bist du ein Traitor? Wie soll ich jetzt gegen deine CSGO-Skills ankommen? Ich glaube, ich muss... Manu und Holly... Hi! Ähm, ich kann das erklären. Warte, 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 warte. Hallo? Wer lebt denn noch? Holly lebt noch? Oh. Huh. Okay. Alles gut. Wer hat nen kleinen Kopf? 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 Man hat eine Waffe durch die Wand gesehen. Echt? Scheiße. Ja, Dario, ich war mir nicht mehr sicher, weil von hinten Osap mich anscheinend angeballert hat. Ja, hab ich. Dass du mir das getroffen hast, Manu, Alter. Echt, Alter. Hast du Dario getötet oder war das echt Holly? Ja. Locker. Ich hab Dario getötet. So. Sei schüssen. Vor allem bist du beim ersten Schuss einfach... Mich hat's gewünscht. Ich hab's gewünscht. Komm, Osap. Wir machen uns dran. Ja, das wär's richtig cool gewesen. Das ist unsere Hauptbasis. Okay. Du kommst ins oberste Regal. Du kommst ins oberste Regal. Oh, das ist nett. Die Geister der Vergangenheit. Wollen wir einfach gleich aufräumen hier? Aufräumen? Wollen wir die Putzkräfte spielen? Ja, ihr könnt hier aufräumen. Hier liegen kaputte Stühle rum aus so einem Grund. Ich weiß nicht warum. Ah ja, ne. Stühle dürfen kaputt gehen. Ich hasse Stühle. Nein, Stühle. Pass auf euch. I hate that chairs. Oh man, Leute. Oh, komm mal nicht auf die Toilette, Alter. Das ist ne Kundenfreundlichkeit im Weißen Haus. Unglaublich. Bisschen abgeschlossen. So wie auf der Schule. I got a deal. Muss man erst den Präsidenten nach dem Toiletten-Schlüssel fragen hier im Weißen Haus. Ah! Oh, hä? Oh, naja. Guck mal, ich hab nen Tick an Lande. Ich hab nen Tisch. Geil. Guck mal, da kannst du... Mach nen kaputt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, Manu, du erschießt mich diesmal nicht. Oh, Saf, beiß. Der Mülleimer. Jetzt mag ich den Mülleimer. Den Mülleimer. Den kann er nicht kaputt machen. Ich hab auf der Map irgendwo ne One-Shot-Waffe hingelegt. Was? Irgendwo. Irgendwo auf der Welt habe ich die stärkste Waffe der Welt versteckt. Warum geht das nicht? War das hier? Verwirrt. Die Tür geht ja normalerweise auf, oder nicht? Ich weiß nicht. Dommel, bist du das? Okay, hier ist keine One-Shot-Waffe. Dommel verbarrikadiert sich jetzt immer jede Runde. Ja. Hey, ich bin Detective. Hat sich schon jemand gefunden? Weiß ich nicht. Da läuft aber jemand mit der Pistole rum. Ja, ich diegel. 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 Das ist ein Geständnis. Hä? Wo soll sie sein? Existiert sie überhaupt? Oder war sie einfach nur ein... Ja, sie ist aber in einem Ort, wo ihr nie seid. Oder haben sie unserer Autor nur einen Streich gespielt? Ihr Holly Freaks. Hallo Holly. Hallo. Gib mir einen Tipp. Einen Tipp? Nein, kein Tipp. Also gib euch allen einen Tipp. Im Gesprächszimmer in der Nähe. Aha. Nein! Fahrstuhl! Ah! Als ob der Detektiv jetzt der Fahrstuhl wieder verreckt ist. Hast du den Fahrstuhl runtergekommen? Alter Holly. Warum krieg ich sie nicht? Der Fahrstuhl vergisst mich. Der Fahrstuhl ist in der Erzfeind. Holly, ich hasse die Schafe. Ja, gut. Ist einfach runtergefallen. Ah, Holly. Der Fahrstuhl mag Holly echt nicht. Gibt gar keine Monschuswaffe. Ja, aber scheiße. Mario ist angelogen. Nein! Wir werden es jetzt auch nie erfahren, ob es sie gab. Doch er kann es uns ja nach der Runde sagen. Ich denke nicht, dass er sie verteilt hat, ehrlich gesagt. Ich braue einen Zaubertrank. Was für einen? Was kann der? Ich braue einen Zaubertrank. Erleuchten, Zeitung lesen, Müll, aufsammeln und Treibstoff. Der kann Treibstoff, Mauder. Der kann Treibstoff herstellen? Nee, der kann nur Treibstoff. Ach so. Der kann Treibstoff. Oh, ich wird angeschossen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay, das ist tot. Ich füge ihn mal seinem Trank hinzu. Ich nehme jetzt einen Schluck. Mal schauen, was er kann. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Ah! Ich bin gleich mal davon aus, dass Maudado der letzte Traitor ist. Ich leb auch noch, aber ich weiß nicht, was los ist. Naja, Maudado scheint gerade Osav getötet zu haben. Okay. Aber warum rede Maudado nicht? Vielleicht bist du der letzte Traitor, Main-Rule. Nö, ich bin's nicht. Ich hab Angst. Ich komm mich gerade auch nur ganz leicht vor. Ja, er ist es. Komm, er ist es. Okay, du warst wirklich nicht. Es ist doof. Ach, doch. Hä, der hat mich doch da einschossen. Ach, Maudado. War einfach one shot. Hä, was war das denn für ein Versteck? Manu hat meine Waffe gefunden. Ja. 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 Und dann genau jemand sagt, äh, ist sich... Wir beide Türen bewachen, das Loch und die Tür. Maudado, du hast mich enttäuscht. Hä? Ich hab deinen Trank getrunken. Ja. Aber ich geh heute nicht zum Trank dazu. Du hast meinen Trank versaut, Maudado. Ja, gut, es hat mich zum Teleportieren gebracht. Achso, wieso hat er nichts gesagt? Du hast meinen Trank eigenmächtig weitergebracht. Er war nicht zum Teleportieren. Das kann er trotzdem sagen. Hä? Ich bin Maudado. Hier, ich hab dir jetzt eine Zeitung gebracht, der Detektor. Dir vertraue ich nicht mehr. Nee, geh bitte zurück. Okay. Okay, was soll ich da dann machen? Äh, Zeitung lesen. Zeitung lesen, okay. Und einfach warten. Read that newspaper. Warten, bis ich dich brauche, Maudado. Okay. Ich werde zuhör auf dich, Maudado. Darf ich anklopfen? Nein, du bleibst auch draußen. Okay. Ich bin der Hausbeister. Nein, ich hab Angst vor Maudado. Ähm, Jeremlet, ähm, Maudado war im Hintermenü. Warum sind die Bildschirme alle angeknabbert? Nein, war ich nicht. Du standst einfach so rum, aber naja. Wenn ich gleich tot bin, wisst ihr Bescheid. Ich war nicht im Hintermenü. Warum sind die Bildschirme alle angeknabbert? Ja, das war mir auch immer. Irgendein Bildschirm anknabbert. Hat er etwas versteckt? Gibt es hier etwa ein Secret? Ganz alleine hier. Ein Secret Exit? Oder, warum schießt er hier mit Let's Play? Ich hab grad, ja, ich hab grad erst überlegt, ob Holly ja ihm ruhig geballert hat. Einfach so, ich hab Stühle erschossen. Wer ist da in der Ecke? Ich. Los, Holly, spring auf mich drauf. Ich springe auf meinen Kopf. Es klappt diesmal bis... Oh Gott, hier sind... Komm, Holly, gleichzeitig. Ich hab noch nichts gemacht. Okay, drei, ja, aber... Wir töten uns. Drei, eins, go. Fahrt ihn hoch. Fahrt ihn hoch. Oh! Schade. Ist doch ein anderer tot? Nein, ich hab noch versucht. Weil das klang irgendwie so... Hallo, ich liebe. Ich bin immer noch in meinem Zimmer. Ja, wink mal. Lebt Osap, wink? Winky? Ja. Ja, winky. Winky. Wie gesagt, warte auf deinen Einsatz. Dommel ist tot. Ah! Dommel ist tot. Woher weißt du das? Das ist ein Tee ausgelaufen oder was? Was? Haben wir dich überführt? Ja, genau. Ich hab gerade einen Tee da unten gesehen und dann hab ich gesehen, oh, auf einmal ist Dommel irgendwie weg. Nein, das macht gar keinen Sinn. Jetzt ist weg. Ich hab da unten gerade jemanden erschießen sehen. Erschossen werden sehen. Direkt auf dem Fahrstuhl. Nein. Das heißt, wie der Eich ist da drunter. Du sitzt immer noch im Raum, ja? Ich bin immer noch im Raum. Nee, bist du gar nicht. Doch, bin ich. Da liegt ja auch seine Waffe. Hier. Oh nein. Ich wollte dir was Beschäftigung geben. Oh, eine Maus. Cool. Nee. Oh nein. Ist doch nicht. Ich hab mich nur unsicher gefühlt, deswegen hab ich den Baumbarrikadiert. Das geht in Ordnung. Pauli, was tust du da? Ich will runterfahren. Und hier, Mann, wenn du artig bist, kriegst du eventuell noch eine echte Heal-Zeit. Manu ist es. Er hat eine Bum-Buddy runtergeworfen. Vorsicht, da ist ein Bum-Buddy. Delay. Wo, 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 wo. Zeig mir, zeig mir, zeig mir, zeig mir, zeig mir. Alter Hacker. Hier nochmal. Äh, Manu ist es, ne? Hier, guck mal, ich hab Delay getötet. Ich bin es nicht. Ja, du hast gerade ein Bum-Buddy reingeworfen. Pass auf den Fahrstuhl auf. Wer ist denn hier im Schrank? Okay. Schränke sind gerade wichtig. In dieser Tür. Sehr guter Schrank. Jemand ist im Schrank und fährt die ganze Zeit hin und her. Wo seid ihr denn? Seid ihr unten oder oben? Nee, Traitor, Traitor will ich nicht mehr machen. Ja, Traitor ist Manu. Wauw, du lest bitte deine Zeitung weiter. Okay. Wauw, du hilf! Ich hoffe, ihr sterbt alle. Ah, mein Einsatz! Schnell, Schrank, geht zur Seite! Du, 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 du. Welche Richtung? Nein! Au! Äh! Oh mein Gott. Ja, Holly. So sehen wir uns also wieder. So sehen wir uns also wieder. Komm jetzt runter, du Feigling. Ich hab noch 8 AP. Alter, bitte! Das ist der Bombardy, oder? Nein! Nein! Ich hab nicht gesehen, dass du kaufst. Ich wollte meinen Feigling noch mitlesen. Ich wollte ihn voll retten und Holly macht einfach nichts. Ich hab nicht gesehen. Alter, ey! Ich was schief hier mit dem Bombardy. Der ist ein Bombardy gewesen. Doch, das ist der Bombardy gewesen, das Geräusch. Alter! Das war richtig laut. Manu hat gesagt, dass ich, warum hast du laut gesagt, dass ich Zombie getötet hab? Das hat niemand mitbekommen. Ich hab nicht gesagt, dass du es warst. Ich hab nur gesagt, dass es auch angeschossen wurde. Aber auch nur, weil ich mir eigentlich sicher war, dass sie das auch mitbekommen haben. Aber haben sie anscheinend nicht. Du, blödi, ja, auch wenn's nichts geändert hat. Oder aber du hast ein bisschen versagt, ne? Ja, 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 wie traurig das eigentlich ist. Ich warte mein ganzes Leben in diesem Raum für meinen Einzelnen zu erstern. So richtig so, ja, jetzt sind die endlich gefordert. Und dann warte ich den Eingang ab. Hallo, Holly. Hallo. Möchtest du meine Besprechung? Ja, bitte. Besprech, Besprech, Besprechung, Besprechung, Besprechungen, Besprech. Werden Sie eins. Vielen Dank für Besprechung. Ich hasse Stühle. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Hallo, Dado. Holly, wolltest du einen Headshot geben? Ich bin Detective. Nein, hab ich ja so ein Set, der... Dario, wolltest du mich gerade töten? Dario, du kommst bitte auch mal her. Ja. Ich bin in diesen Raum gegangen. Komm mal bitte her. Du fragst, ob ich dich gerade töten wollte. Nein, ich möchte diesen Stuhl nicht haben. Danke. Komm mit. Ich hab ne Diegel. Ich geb dir einen Headshot. Melone. Warte. Dario, du fähig warst. Warte, schieß sie an. Okay. Ich bin gerade unten, ich komm her. Oh, ja. Bitte hoch, warte. Nächste Melone. Du brauchst du dich, was? Sieht mal musst du einen 360-Noscope machen. Okay, 360-Noscope auf die Melone. Ich möchte, dass du gleich... Ja, das geht. Also die Melone ist... Du reden so laut, ich verstehe dich nicht. Ja. Verstehe nichts. Headshot-proofed. Ich möchte, dass du gleich außen-discope-Tour herstellst. Ja. Okay. Crazy, crazy schaisel. Ich hab ein bisschen Angst vor Holly. Ich geh weg, Holly. Ich geh weg, ich geh weg. Wir brauchen noch Moldado. Es wird noch schwerer, Manu. Konrad. Ah, perfekt. Darfst du das so waagerecht... Moldado? Äh, warte. Du bist bitte auch so ein Scope. Genau das an. Kann sein, dass Dario jetzt stirbt. Okay, könnte klar. So hat ich das hier genau... Äh, Manu, 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 Manu. Hör mal zu. Was so? Hör mal genau hin. Kommt mal mit. Hör mal genau hin, Manu. Was denn? Eine Bombe? Hä? Haldi? Ich kann ihn nicht angreifen, ich hab die Scope-Tour. Ja, ja, ich weiß. Warte. Okay, ich geh weg. Ich geh aus dem Weg. Moment. Perfekt. Danke, Moldado. Du bist ein guter Mensch. Okay. Boah. So. Moldado macht seinen Auftrag immerhin richtig. Okay, und jetzt? Äh, ja, jetzt musst du die Skulptur genau nachbilden. Nachbilden? Wo, wo hab ich denn den Sprengen Stein? Warte, ich geb dir dafür ein Material. Moment. War, den verhassten Stuhl. Ich muss ihn aus Stühlen nachgebilden. So, Moldado. Daraus machst du jetzt bitte diese Skulptur. Warte, ich stell die Skulptur hier hin, damit ich sie besser sehe. Okay. Okay, okay. Moldado, ich weiß, dass du der Letzte bist. Ja, warte, warte, warte. Du bist die Skulptur. Das ist der Trick. Ich hab dir extra... Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Aber du sollst doch aus dem Stuhl machen, Moldado. Ja, Moldado, aus dem Stuhl, nicht aus mir. Warte, warte, warte. Das kommt jetzt. Jetzt ist es Kunst. Ah, jetzt erkenne ich das. Moldado, du hast schon wieder deine Aufgabe nicht ausgeführt, ne? Die Skulptur... Oh, die Skulptur... Hast du ja noch das Original beschädigt. Sie flieht. Ist besessen. Das Original ist beschädigt. Ach so, der ist gar nicht einfach so untergeplumpst. Nein. Holly schießt mich einfach tot. Ich hab nur eine Statue getragen. Voll aggressiv. Ja, ich hasse das, wenn Menschen eine Statue tragen. Das hat das mit meiner Vergangenheit in Kasachstan zu tun. Ja, deswegen hab ich ihm auch nicht geholfen, weil er die Uhr gebracht hat. Ja, das fand ich wie vor, aber dein Auftrag ist trotzdem wieder gescheitert. Meine dunkle Vergangenheit. Irgendwann, irgendwann will ich es schaffen, einen Auftrag erfolgreich auszugründen. Aslaksdarn. Aslaksdarn. Aslak. Aslaksdarn. 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 Also jetzt warten wir, wenn ich jetzt wieder im Taktiv bin, dann hab ich keinen Job, ne? Aslaksdarn. Boah, die Stipps sind lecker. Nein. Ey, ich geh rein. Bist du vielleicht traiternd, du hast einen Bösewichtsjob für mich? Ne, ich bin leider kaputt. Oh nein, 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 nein. Das ist eine Granate, das ist eine Granate, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wir werden Granate, wo ist eine Granate? Ich würd sagen, wir setzen uns einfach an den Tisch und unterhalten uns, Mordado. Aua, Aua, Manu hat mich verbrannt. Da ist eine Granate, weißt du, ich weiß ja nicht, wo ich nicht langdaufen darf. Ich hab ja noch nicht mal dich gesehen. Ja eben. Ich bin aber gerade langgekommen. Sag, gleich beim Fahrstuhl liegt eine Granate. Ah, ich bin ah. Mordado, das funktioniert nicht. Wir können uns auf die Tische setzen. Das macht man nicht, das macht man nicht, als Inno. Ne, das macht man echt nicht. Warte, wir dürfen nur spazieren, Mordado. Okay. Okay. Aber warte, soll ich mal was zu trinken holen, an diesem Automaten, Mordado? Hallo, hol mir bitte was zu trinken. Warte mal. Hol mal was. Ananas. Die Automaten sind kaputt. Hol mal was, Ananas. Ich geh kurz auf die Toilette. Ich hol mal was, Ananas. Ich komm mit, ich muss auch mal. Okay. Ah, ich benutze einfach das Büro als Toilette. Achso, ich muss den, das ist ein ganz normaler Stab. Oh, Mordado, Mordado, Hilfe. Feuer. Wo ist die Feuerwehr? Die Mikrowelle. Warte denn. Sie brennt. Wir müssen sie löschen. Oh, sie hat hier wehgetan. Die musst du löschen. Oh, das ist ein Pass. Ich hab mir eine Gehirnaufstörung. Geh weg. Hier wohne ich. Wo wart ihr denn gerade? Geh weg. Ich wohne hier. Oh, Saft, Mordado. Ah, hier. Hat mich gerade jemand mit dem Tisch beworfen? Brauchen Asperin. Alter, der läuft mit Stil. Alter. Mordado? Ja? Ah, nee. Zombie ist ein Kunstdieb. Was? Das heißt, er ist noch kein Detective. All die Jahre war er nur ein Kunstdieb. Der Detective ist ein Dieb. Er ist Kleptomane, er kann nichts dafür. Er ist Detektiv. Der Detective ist ein Dieb. Er ist Kleptomane, Alter. Der Marlado. Oder die Toiletten sind abgeschlossen. Warum sind die Toiletten abgeschlossen? Muss er mir jetzt hin? Oh, nein. Das ist die Firma, die kein Geld für die Toiletten ausgeben will. Ja, echt, ey. Was ist eigentlich mit Holly passiert? Ich lebe noch. Das ist ja eine Statue. 1 zu 1. Guck's dir an. Warte, warte. Warte. Nicht erschrecken. So, komm. Stell dich hin. Du bist die andere. Guck mal, Alter. Oh, Alter. Guck mal, warte, warte, warte. Wir machen so ein Tor. Ja. Wow, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Das ist kund. Bin ich gerade an der Lange laufen? Ja, ja. Ich glaube, beinahe ist lang gelaufen. Oh Gott, eine Lampe. Sie verdrängt. Au. Oh. Okay. Ich werde vom Fahrstuhl getötet. Ich werde vom Fahrtisch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wie kannst du dich so oft vom Fahrstuhl pöten oder verletzen lassen? Der Fahrstuhl vergewaltigt ihn immer. Jedes Mal, irgendwann, in dieser Runde kommt der Moment, wo Holly fast mit Panik schiebt. Hat auch mit seiner Vergangenheit zu tun. Ja. Lol. Eigentlich nicht. Lol. Da, 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 da. Was ist da? Ihr macht mir ganz schön Angst. Was macht ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Weiß nicht. Also, Modado, du hast auch den Tod, ne? Ich wollte gerade sagen, eben. Durch meine Bombe. Ja, schau. Ich bin's nicht. 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 Du leist die Treppe hoch. Das ist schon gefährlich genug. Ich habe Punkte bekommen. Lügner. Ich lösche dich nochmal von Steam. Für doppel Lügen. Nochmal. Lügner. Ey, ich habe gar nicht gelogen. Allesamt. Mann, das hat mich so gut verbarrikadiert und es hat nichts gebracht. Wo bist du denn? Zombie, magst du einfach hier unten mal reinkommen? Guck mal, ob ich Ursaft und Modado aufgehangen habe. Nein, du. Das ist übrigens meine Bombe. Wir simulieren das jetzt. Du bist ein böser Mann, der hier rein will. Mal gucken, wie es funktioniert. Okay. Oh nein, öffne nicht die Tür. Das war aber nicht ganz symmetrisch. Böser Mann, blöser Mann. Gewonnen. Ich will noch die Leiche sehen. Ich muss mich töten innerhalb von den vier Sekunden und schnell hinfliegen. Ich fange gerade World of Warcraft 2 vor. Das schaffst du nicht. Ja, ich kauf's mir. World of Warcraft 2. Nein, Overwatch scheinbar. Jetzt wird es richtig gewarcrafted. Blizzard's new game will be Overwatch. Nee, nee. Wir haben wirklich was anderes vorgestellt. Alter, hier ist eine funktionierende Lupe, Modado. Komm mal her, Modado. Modado, Modado, Modado. Warte, ich war gerade unten. Overtitanwatch. Ich habe nicht mehr hingeguckt. Oh, jetzt haben wir das verpasst. Overwatch. Was ist denn Overwatch? Hä, und was ist mit Teil 2? Overwatch. 3 2. Ich habe noch was Schlinge eingetweetet. Modado, 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 Modado. Komm her, komm, 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 komm. Ich bin gerade unten. Ich hole hier immer meine Schrotplinte, weil sie überall anders weg ist. Mann, jetzt hätte ich es fast geschafft, auf deinen Kopf zu springen. Hey, ich schlag die ganze Zeit, wieso hast du keinen Schaden bekommen? Ich habe den Detective umgebracht. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen und ich habe die Fester umgebracht. Warte, ich bringe ihn zu euch. Ich will sterben. Hey, ich habe ihn nicht getötet. Overwatch ist ein... Ich habe außerdem den Detective umgebracht. First Person Arena Shooter von Blizzard. Also Team Fortress von Blizzard. Das wird sexy, glaube ich, oder? Ja, aber noch ein bisschen, wenn wir einen Podcast machen, dann bleibe ich hier. Ja. Wenn wir da nicht durchkommen. Ich habe zwar noch nichts gesehen, aber gut, 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 ja. Oh, da ist ja auch jemand. Hier liegt eine Leiche. Du, ich will nach unten fahren, aber diesmal nicht vom Schwarzschull sterben. Von? Jetzt. Die Leiche ist tot. Du bist gar nicht auf den Kopf gehüpft. Nee. Bin mir jetzt enttäuscht. Mal gucken, ihr könnt beieinander. Oh, hallo. Oh, hi. Guck mal, die da ist tot. Und Manu hat mich aus Versehen umgebracht. Oh, der ist tot, tatsächlich. Guck mal, wir legen sie zueinander. Ist das nicht süß? Ja, weißt du, das ist halt ein bisschen Romantik, ein bisschen Kerzenschein. Naja, schon besser. So, ja, viel besser. Und am besten noch in der Asche rumtanzen. So. So, was hast du so die Runde gemacht, Hoddy? Ach, nichts. Hast du schöne Sachen erlebt? Und hol mir den von hinten, nein? Ja. Na, Zeitung. Ich glaube, Ursache, das ist Zeitung, Ursache. Ich glaube, das ist Zeitung, Ursache, ich habe das Zeitung lesen, das ist meine Aufgabe. Ursache, ich will die Zeitung. Ach, gut, meine Zeitung. Warte, guck mal, ich sehe ein bisschen eine Lupe, da kannst du Zeitung lesen. Ach, so stimmt, das wolltest du nicht sagen. Ruf mich an. Ruf mich. Funktioniert auch an. Guck mal, guck mal oben rein, da kannst du die Zeitung lesen. Halt sie ein bisschen unten drunter. Moment, du gehst gerade auf der Zeitung. Oh. Die Zeitung wärt sich, die Zeitung wärt sich. Die Zeitung haut ab. So, ich habe sie, ich habe sie. So, Mann, das stelle ich hin. Ich brenne. Nein, nein. Pass auf, Mann, Mann. Die Zeitung. Die Pflanze brennt, ich habe mich selber angestellt als Pflanze. Oh Gott, ich glaube, da war ein Traitor. Oh nein. Ich habe extrem viel Schaden bekommen. Ich habe, also ich bin eigentlich verdächtig, ich habe aus dem Szenen, Mano umgebracht. Ich brauche auch mal, wer da hinten ist. Oh Gott. Ja, Holly. Ja. Ja, komm rein, komm rein. Ich habe den Heimvorteil, ne? Du hast mich sterben lassen, Oza. Ich habe den Heimvorteil. Oh. Oh Mann. Der wird er öffnet, Holly. Ja, das war für die letzte Runde. Was habe ich da gemacht? Hast du mich nicht getötet? Nein. Du bist runtergefallen, Holly, wie immer. Wie immer. Holly fällt eigentlich nur runter und macht dann andere für seinen Tod verantwortlich. Ich finde dich ein bisschen mies. Ja, ne. So, nochmal eine längere Folge auf der TV-Sele. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit euch. Ich bin mal. Hui. Hui.